Wenn der Schuss auf dem Weg geht, dann geht es um den Schuss. Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Gut, Himmelsdorf hat sich wohl nicht verändert. Schau mal. Ich werde runterfahren. Ne, erstmal raufpieken. Und gucken, ob ich ein, zwei Schüsse abgeben kann. Dann werde ich wieder runterfahren. Ein Fünfer bei Sechser, in einem Sechser-Gefecht. Chancen stehen nicht schlecht, aber die Chancen... Naja. Vor allem Chancen sollte man nicht ganz ernst nehmen. Auf geht's! Glaub ich mal runden? Wenig, 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 wenig. Da hat mich hinten keiner blockiert. 35 FPS. Wenig, wenig, wenig. Ich will maximal einen Schuss abkriegen hier. Hier bleibt noch die Seite. Shit. Gut. Unter mir kommen sie jetzt. Dort war keiner. Der ging voll durch Ihre Panzerung! Ich komme nicht weiter. Ich will mich auch nicht zu sehr exponieren hier. Es bringt nichts. Wir kriegen die. So oder so. Die liegen schon an beiden Seiten. Wirkungs-Treffer! Erwischt! Endons! Der ist schon weg. Unglaublich. Unglaublich. Wie schnell der ist. Alleine. Nichts gut. Der ist drüben runtergefahren. Da ist er. Hopp. Der ist drüben runtergefahren. Ich muss noch ein KV ins Essen. Der warnt jetzt auf mich. Das ist aber nicht aufzuspielen. Auf jeden Fall. Wirkungs-Treffer! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Was ist das? Der Kerl ist zerstört! Wir sitzen fest! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Gretischer Treffer! Kette wieder funktionssüchtig! Los geht's! Ha! Der ging voll! Das war's für uns! Raus hier! Na ja, ging nicht anders! Was soll's? Ja, wir können zufrieden sein! Oh, ein Teamkiller! Na ja, Gott, so 62! Ist nicht die Welt! Gutes Spiel gemacht! Alles klar! Dann, Mannschaft raus! In den... Dicken Max rein! Ich brauche noch ein Funke! 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 Dann, die 3-Jährige in einer Schrift einleutende, die 3-Jährige in einer Schrift. weil es wirklich gegen uns steht. Um das defensiv zu spielen, fahre ich jetzt hier rechts rauf und campe hinten am Häuschen. Das ist der Plan. Was ist denn der für ein tolles Kanon? Was ist denn das? Die Folge 5916? Erkenne ich gar nicht. Erkenne ich schon, aber ich habe nie aufgefallen, dass sie so Dämpfer vorne drauf hat. Bündungsdämpfer. Schön. Legen wir los! Aber ich gehe mal davon aus, dass die Tiga da hinten auch schön campen wird. An der E25 will er auch campen. 5916 macht seinen Job ganz gut. Was ist denn ein Premium-Panzer? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott, 17.000 Gefechten. Ich weiß nicht, ob der 5916 Premium-Panzer ist. Ich weiß, dass der Cheffy reichbar ist von mir aus. Jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Schade, schade, schade. Jetzt kommt durch die Hölle los. Ganz klar. Da stehen die TTDs, die Beine im Bauch. Das war jetzt vielleicht nicht so toll. Ja. 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 So, die kommen jetzt und wir sind tot. Das ist das Problem. Da ging voll durch Ihre Panzerung. Schieß hinterm Stein auf ihn. Das macht so viel Sinn. Das macht so viel Sinn alles. Ja. Das macht so viel Sinn. Okay. Ja. Ja, das ist jetzt los. Nein! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib schön stehen! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Kaufer 1 ist dahinten, macht mir noch Probleme, bitte! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Kaufer 1 ist hinter mir! Warte! Geht nicht anders! Von 4 Abschüssen 2 gemacht, passt! Fynn! Hab ich Spotting Damage bekommen? Och Gott, es ist traurig! Es ist wirklich traurig! feuriger buchen ja what the fuck ist das denn eine ganz neue map shit shit ah ok alles klar alles klar ja ist nicht mehr so wie es früher mal war das weiß ich auch im quickie baby video deswegen will ich da nicht drauf gehen jetzt muss ich mir mal einen panzer anschauen keinen sinn da oben rum zu eiern die mitte ziemlich tief geworden die mitte ist jetzt auch alles anders ja alles klar aufgelaufen das panzer hinter mir shit ausgelaufen gut erwischen können ja es wird weg für mich der t34 rein ich war aber nur in den turm der turm ist gut gepanzert für mich sich bewegen würden naja wenn es weiter geht haben die kriegen die einen win und haben 53 erfahrungspunkte doppelt sind dann 106 aufgelöst aufgelöst die 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 150 nur, was war das? Kickhead, Nashorn, was ist in der Richtung? Der macht einen guten Job, der ist hier eins, aber... Und der läuft da unten durch der Aufklärungspante und ich bin gesehen worden wahrscheinlich. In dem geschossen, verdammte Scheiße! Erwischt! So, ich necesito aus. Okay. So, ich schicke jetzt ein bisschen, wie Gott ist. Und dann ist noch mal hier. So, ich glaube, ich gebe dir zum nächsten Mal. So, ich schicke das mal in der Richtung. So, ich nehme dir aus. So, ich nehme hier quasi aus. So, ich nehme mir meals. Ich nehme mir das mal, ich nehme mir. Ere, wie ich mache. So. So, wir machen es jetzt eine Maschine. So, ich nehme mir einfach mal, ich nehme mal. So, ich nehme dir das mal. es ist zum kotzen es ist wirklich zum kotzen da ging voll durch ihre panzerung schizzen verkungsstreffer Oh Gott. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kette wurde getroffen. Sie können jeden Moment reißen. Das war's für uns. Raus hier! Ich habe ihn. Sehr schade. Das habe ich ganz vergessen zu gucken. Dann mache ich gleich. Das war's für uns. 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 Weil das dann direkt vor meiner Nase hängt, wenn ich die Kamera an habe. Das war's für uns. 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 6 das ist schon gegessen das thema ja die haben es richtig gemacht die sind aus der stadt ausgefahren die ecke der ist hier auch schon das ist schon der nächste, ich bin tot und das war's, tschüss keine chance 94 damage gemacht, sehr schön so das war eine nullnummer definitiv gucken wir was ich beim letzten mal gemacht hab das letzte mal waren's 355 und jetzt sind's genau null das freut mich naja ich bin ja nicht sehr gespannt wer mir da zuschaut ich bin ja nicht sehr gespannt wer mir da zuschaut Das haben sie auch umgebaut, da gibt es hier hinten eine Durchfahrt. Ich glaube das ist nichts für mich. Ich muss hier vorne mal ein bisschen stehen bleiben und gucken was ich tun kann. Das probiere ich mal aus und bin ich relativ zackig im Arsch. Ich supporte mal den AMX dahinten ein bisschen. Da komme ich nicht ran. Es gibt mal die wissen das mit dem neuen Weg und die anderen wissen es nicht. Viele Heavys wissen es nicht von uns, deswegen fahren die einfach die alte Strecke, die Idioten. Das heißt Idioten, also wissen es halt nicht. So und ich bin mir jetzt hier auch nicht sicher ob ich hier richtig stehe. Das ist ein bisschen langweilig gerade. Ein bisschen sehr langweilig. Ich muss hier weg. Die sind da zu zweit, das passt. Ich muss hier weg. Ich bin mir weg. Alle oben, die sind aus Schad. Hier ist 6 und Conquerors und eine Canaveral. Fahrt 2 ist unten. Ich komme da irgendwo ran. Ja, da komme ich gut ran. Wenn ich hierhin stelle, müsste ich die ja nicht ganz gut erreichen können. Wenn sich die ESO nicht davor stellt, lassen wir ja eh so. Wir gingen voll durch Ihre Panzerung. Wir sind bewegungsunfähig. Vielen Dank. Verdammte Scheißer, nebengeschossen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ist gut. Erwischt. Aufenträger ist hinten. 28 Prot ist hinten. Aufenträger müsste ich rankommen. Prot auch. Okay, gut ist gut. Um's Arsch lecken nicht, verdammt nochmal. Oh Gott, oh Gott. Gott, ich hab auf jeden Fall meinen Teilhörzer beigetragen. Trotzdem. Ja, Gott.